Das 5-Elemente-Organ Qigong ist ein vielseitig verwendbares medizinisches Qigong für den praktischen Gebrauch und besteht aus 28 Übungen. Es ist für fortgeschrittene Anfänger geeignet, weil jede der Übungen einfach, natürlich und wirkungsvoll ist. Es handelt sich um ein Aufbauprogramm und baut auf der Grundstufe des einfachen Organ Qigong mit 8 Übungen auf. Das 5-Elemente-Organ Qigong kann für das Selbststudium genutzt werden, darüber hinaus können Qigong-Lehrer und Kursleiter damit die Bandbreite ihres Unterrichts erweitern. Gegliedert ist es in 2 Vorübungen, 4 Lunge-Übungen, 5 Nieren-Übungen, 4 Leber-Übungen, 4 Herz-Übungen, 7 Milz-Übungen und 2 Abschluss-Übungen. Die Gesamtspielzeit beträgt 62 Minuten. Für die ersten 14 Tage empfehle ich Ihnen folgenden Übungsablauf. Machen Sie die beiden Vorübungen. Machen Sie dann die erste Lungen-Übung, dann die erste Nieren-Übung, dann die erste Leber-Übung, dann die erste Herz-Übung, dann die erste Milz-Übung und zum Abschluss die beiden Abschluss-Übungen. Für die folgenden 14 Tage schlage ich Ihnen vor, 2 Vorübungen, die ersten beiden Lungen-Übungen, die ersten beiden Nieren-Übungen, die ersten beiden Leber-Übungen, die ersten beiden Herz-Übungen, die ersten beiden Milz-Übungen und zum Abschluss die beiden Abschluss-Übungen. Für die folgenden 14 Tage dann die beiden Vorübungen, die ersten drei Lungen-Übungen, die ersten drei Nieren-Übungen, die ersten drei Leber-Übungen, die ersten drei Herz-Übungen, die ersten drei Milz-Übungen und zum Abschluss die beiden Abschluss-Übungen. Über den Herz-Meridian Energie aufladen und verbrauchte Energie entgiften. Der Herz-Meridian endet im kleinen Finger. Die linke Hand sammelt frische Energie, treibt sie auf den kleinen Finger zu, führt sie durch den Herz-Meridian bis zum Herzen. Nun wird verbrauchte Energie aus dem Herzen entsorgt, durch den Herz-Meridian, durch den kleinen Finger und wegwerfen. Auf ein neues. Frische Energie sammeln, auf den kleinen Finger zu treiben, durch den Herz-Meridian führen, bis ins Herz. Verbrauchte, stagnierende, dunkle Energie durch den Herz-Meridian, durch den kleinen Finger entsorgen und wegwerfen. Frische Energie sammeln, auf den kleinen Finger zu treiben, durch den Herz-Meridian bis ins Herz. Verbrauchte Energie aus dem Herzen, durch den Herz-Meridian und den kleinen Finger entsorgen. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank.